Füße weg, ne? Nein! Nein! Ja! Kommt aber stark, Rana! Kampi, kampi, ja! Das ist schon mal gut! Moin und herzlich willkommen zur Admiral Bad Fußball Golf Challenge. Heute das Finale Teil 3 zwischen Mehdi Madhavikia und Christian Rahn. Und das ist unser heutiger Kurs. Los geht es in der Mitte der Osttribüne im VIP-Bereich vorbei an den Logen, den ganz langen Gang bis am Ende dann zum Eingang Südost. Und unser Ziel hat es heute in sich, ein Hindernis der höchsten Kategorie. Es geht die Rolli-Rampe rauf, dann Haarnadelkurve 180 Grad zu unserem Tor. Hey, da ist das schon scheiße. Du musst diese Wand treffen, Junge. Ja, ich weiß, aber ich wollte eigentlich links neben der Tür die Wand treffen. Aber da kommst du hin mit dem rechten Fuß. Du kannst mit Linksaußeres, ja. Nein, nicht mit Linksaußeres. Nicht Außenriss, sondern Linksinnenseite. Oh, bisschen scharf, glaube ich. Oh, nee, das ist gut. Der ist gut, der ist gut. Oh, die geht unter die Treppe. Ah, uh. Ah, der ist ein... Du hast perfekt gepackt. Ja, ist okay. Ist okay. Jetzt Mehdi die gleiche Nummer, allerdings mit rechts. Oh, zu weit links, glaube ich. Nein. Ja, das ist schon mal gut. Weiter, 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 weiter. Rollen, 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 rollen. Oh, das ist ein bisschen sehr lässig. Mensch, du. Voll in die Sackgasse, Abstellgleis. Das ist teuer. Liegen bleiben, liegen bleiben. Ja, das denkt sich Mehdi jetzt auch gerade, wäre ich heute bloß liegen geblieben bei dem Schuss hier. Oh, der ist eklig, Mehdi jetzt. Richtig eklig. Was ist das? Warte, kannst du eine Länge vom Dings weg? Ja, okay. Bin ich sozial? Ja, super nett von dir, Arne. Bist ein echter Sportsmann. Oh ja. Der war gut, der war richtig gut. Der war gut, der war gut. Oh, und wieder Tür. Nein. Der ist so Pech. Ja, wirklich Pech. Bleib wieder an der Kante hängen. Mehdi, nimm mal deinen Ball hoch, bitte. Okay. Ja, Arne, schöner Schuss. Oh ja, der ist gut, der ist gut. Und er redet den Ball hier förmlich den Gang lang, beschwört ihn. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Komm, schau, schau, komm her, komm her. Guck mal. Ja, und er redet jetzt hier nicht mit seinem Hund, sondern mit unserer Kamerafrau übrigens. Durch die erste meine ich erst mal. Ist das richtig scharf oder? Ja, der sieht gut aus. Gutes Tempo, gute Länge. Bisschen zu viel Drall nach links vielleicht. Oh, der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Oh. Komm, der ist auch gut. Wo liegt denn mein Ball? Ja, guck mal genau hin, Junge. Ach da. Oh. Na, Mehdi jetzt mit einem Sicherheitsschuss. Pfütze, Pfütze. Und Rana sieht das Unheil kommen. Und Mehdi mit seinem fünften Versuch. Boah, tatsächlich. Gerät jetzt mächtig ins Schwimmen. Na, das ist mit dem Wasser raus, dann. Ja, da wollte ich genau gegenspielen. Vielleicht ein bisschen schärfer. Du brauchst jetzt noch einen Kontakt nach rechts. Du kannst nicht so scharf schießen, dass du die Rampe hoch, weil es ein bisschen bergauf geht. Komm, schaffst du von hier, schaffst du nicht. Wir können danach nochmal probieren, okay? Du brauchst nur mit dem linken Fuß Schnitt. Wenn du richtig flach... Ach so, vor die Treppe habt ihr was gelegt, ne? Also der Ball kann nicht runterrollen, ne? Es ist perfekt, wenn du so diese kleine Wand triffst, ne? Dann Ball kommt und gehst im Tor mit einem Kontakt. Ich muss einfach nur annähern. Erstmal annähern. Komm, Wala. Hast du gesagt Risiko, Mehdi? Ja. Ich hab nicht dich gefragt. So Glück gehabt, ey. So, Mehdi muss jetzt auch einen raushauen. Ähnliche Kategorie. Nein. Nein. Nein, das reicht nicht. Der Ball rollt zurück. Ins nichts. So, mit Sohle. Was? Ich mach mit Sohle. Ja, Mehdi macht auch mit Sohle, aber... Das ist schon Resignation. Soll ich meinen Ball hochnehmen, Mehdi? Schaffst du ihn noch nicht, ne? Boah, Winning Ugly jetzt auch noch. Mit Leid für den Kontrahenten. Ganz bitter für Mehdi. Ja, Sonne hier im Volkspark, aber die scheint nur für Rahner. Füße weg, ne? Füße weg. Wirklich. Die Nummer ist durch hier. Routine Schüsse. Oh, drin. Und Rahner. Eiskalt. Und Mehdi auch. Ja. Da gibt's die Faust. Glückwunsch. Das gewonnen. Und wir kommen zum Zwischenstand, beziehungsweise zum Endergebnis. Heute im dritten Kurs. Fünf Versuche für Rahner, neun für Mehdi. Macht zusammen 18 zu 22. Klare Nummer für Christian Rahner. Er war einfach besser. Er hat starker linker Fuß. Hat auch mit Risiko. So, letzter Ball gespielt. Für den gewonnen. Eine super Challenge. Drei super Kurse. Im zweiten Kurs, wo es dann bergab ging, habe ich ein bisschen was verschenkt. Aber ich glaube, mit dem vorletzten Schuss habe ich alles wieder rausgeholt. Füße weg, ne? Nein. Nein. Ja. Kommt ihr mal stark, Rahner. Kommt ihr. Ja. Das ist schon mal gut.